Servus Leute und herzlich willkommen wieder bei MaisyFliff. Ja, ich bin jetzt gerade hier dabei, sehr spannende Dinge zu tun. Ich bin jetzt eigentlich nur dabei, hier die ganzen Sachen aufzurüsten, aber das wisst ihr ja vielleicht. Ich hoffe, dass ihr es wisst, weil sonst hättet ihr nicht den letzten Wart geguckt und dann müsstet ihr euch schämen, aber das tut ihr ja eh nie. Das ist voll unnett von euch, aber egal. Ich bin jetzt eben hier noch dabei, die ganzen Sachen aufzurüsten, natürlich hier mit ein bisschen Protection, dass das nicht kaputt geht oder so. Aber der Kack will nicht auf Level 10 und der andere Kack will nicht auf Level 20 ist das Maximum, was bei Ring so geht. Deswegen bin ich jetzt schon auf den anderen Ring umgestiegen. Alter, willst du nicht einmal klappen hier? Das wäre mal ganz nett, wenn man das mal hinhauen würde. Ne, der untere Ring, da geht gar nichts mehr, habe ich das Gefühl. Ich weiß auch gar nicht ehrlich gesagt, wie die Wahrscheinlichkeiten sind, aber die sind wahrscheinlich ein bisschen gering, ein bisschen minimal vielleicht. Aber egal. Jawoll! Ne, Moment. Ich dachte gerade, ne, da hat es natürlich wieder nicht geklappt. Aber ich bin jetzt schon wieder pleite hier, sehe ich gerade. Das heißt, ich kann jetzt gerade nur noch hier einmal noch bei dem Ring versuchen. Da hat es natürlich wieder nicht geklappt. Aber das ist ja alles kein Problem, denn die Dinger muss man ja nicht sammeln. Sondern, die kann man irgendwo, wenn man nicht blind ist, kaufen da hinten. Da stehen auch nicht viele Leute vor. Aber gut. Ja, hallo. Ich hätte gerne ein bisschen was gekauft und zwar einmal davon. Ach komm, hier. Wie viel nehmen wir? 99. Zack, und dann hätte ich noch ein paar davon. Davon nehmen wir 99, 100, 12. Alles klar, rauchen wir mal rein hier. Gar kein Problem. Oh, guck mal, die kann man sogar relativ hoch stacken. Das ist mal ganz geil. Das heißt, ich verbrate jetzt noch eben hier die 4. Und dann muss ich auch noch von den Dinger neu kaufen. So. Jetzt klappt einfach mal bei dem Teil, ey. Der will einfach nicht. Das ist echt furchtbar nervig. Achso, ja, ja. Mach halt hier. Oh, so. Jetzt klappt es bei dem Ring auch schon nicht mehr. Aber warum das bei dem Brustpanzer gerade nicht geht, frage ich mich echt ehrlich gesagt. Also da müsste doch eigentlich mal so langsam, müsste es eigentlich mal klappen. Und ich meine, der soll schon 10 sein. 10 soll der schon noch werden eigentlich. Das fände ich ganz cool. Weil erst ab 10 leuchten die ja so richtig cool, falls ihr das nicht wisst. Welches war das jetzt? Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich will es jetzt aber auch nicht ausprobieren. Deswegen hole ich mir jetzt einfach nochmal ein paar. Von den braunen. Und zwar einfach da nehmen wir jetzt mal 100. Oh, die kosten aber schon ganz gut. Die kosten dann schon ganz gut hier. Aber ist immer noch kein Problem. Und dann brauchen wir noch ein paar von den blauen. Auch nochmal 100. Und dann sind wir schon wieder bei 500 Millionen. Aber wir haben es ja. Wir haben es ja. Gar kein Problem. Zack. Sehr schön. Und jetzt kann ich beides hier einfach machen. Successful und... Jawoll! Plus 10. Sehr nice. Dann können wir endlich mal weitermachen hier. Ist ja unglaublich. Irgendwann muss es aber ja mal klappen hier. So, das heißt den Ring. Und jetzt können wir mal ein bisschen auf die Dinger gehen. Warum muss man da immer okay drücken? Das nervt tierisch. Das Doppelanklinken wird doch eigentlich reichen, oder? Na egal. Man kann nicht alles haben, Leute. Man kann nicht alles haben. So. Achso. Ja, ja. Den will ich auch da drauf. Und den will ich da drauf. Fail. Successful. Blablabla. Blub. Nun gut. Also. Naja. Es ist echt. Es ist echt ein bisschen nervig hier, dass es so lange dauert alles. Aber was soll man machen, ne? Hallo. Achso. Ja, das ist ja für die. Verplane ich das auch schon. Oh Mann, oh Mann. So. Das haben wir drin. Das haben wir drin. Okay. Jetzt verplane ich es echt langsam. Zu oft hintereinander. Fail. Successful. Aber egal, Leute. So langsam ist immer auch ein bisschen... Kriege ich schon so schleppendes Gefühl. Weil es ist halt echt nicht so mega spannend hier. 15, 18. Der ist 5. Okay. Da müssen wir noch was tun. Zack. Zack. Ja, failed, Alter. Du kannst mich auch mal... Ja, der ist doch schon voll hoch, dieser blöde Ring. Aber der soll halt noch 20 werden. Fände ich ganz cool. Aber es klappt halt einfach nie. Also da bin ich echt mal froh, wenn das mal irgendwann klappt. Aber ich hoffe mal, der würde einem anzeigen, wenn es nicht mehr geht. Also bei den anderen Sachen, ich tue das ja. Da hat er ja gesagt, so Level 10 und dann ist Schluss. Ich hoffe mal, das macht er hier auch. Boah, wie wenig jetzt einfach nur noch klappt hier. Failed. Failed. Alter, da muss doch mal irgendwann noch mal was hinhauen hier, oder? Jetzt mal ernsthaft. Failed, failed. Okay, das ist schon ein bisschen deprimierend hier. 15, 18. Wie sind wir da? 7 und 6. Jetzt mal ernsthaft. Das muss doch mal klappen hier. Das finde ich jetzt echt gerade ein bisschen nervig. Kann man die eigentlich auch mehrfach aktivieren? Dann mache ich jetzt einfach... Okay, nein, geht nicht. Failed, failed. So, klar. Warte mal, ich habe mal eine Idee eben. Ähm... Moment. 2. Zack. Und zack. So. Kann ich die auch da reinziehen? Das können wir gleich mal testen. Ob das jetzt klappt hier, meine Idee? Nein. Okay, da muss ich doppelt draufklicken. Das heißt, da geht es schon mal leider nicht. Aber vielleicht klappt es bei den Dingern. Jawohl. Da haben wir uns doch schon mal Zeit gespart. Aber trotzdem... Trotzdem dauert es noch ewig. Aber egal. Das ist schon mal nicht schlecht, würde ich meinen. Also das könnte... Könnte auch so machen. Da hat mal wieder was geklappt. Wer glaubt es denn? Also ich glaube, das spart ein bisschen Zeit. Weil sonst muss man immer mit der Maus so hin und her gehen, wisst ihr? Jetzt muss man das halt nur einmal machen. Sonst ist das... Ist schon... Ist schon zeitsparend. Jaja. Aber nun gut. Jetzt sind wir da 7, 7. Alter. Ja, dann mach doch mal bitte 8 und 9 noch. Und 10 auch noch am besten. So schwer kann es doch eigentlich nicht sein, oder? Aber irgendwie... Irgendwie scheint es dann doch so schwer zu sein. Aber nun gut. Ich glaub mal... Oh, der Ring hat mal wieder geklappt. Ist ja unglaublich. Aber natürlich auch nicht der untere, sondern nur der obere. Achso, jetzt haben wir das gerade vertauscht. Ja, ist ja gut. Failed, failed. Natürlich. Was auch sonst, ne? Was denn auch sonst? So, so. Ah, na gut, Leute. Das ist jetzt halt echt ein bisschen unspannend, muss ich zugeben. Aber... Ich will das eigentlich jetzt noch schaffen, dass erstens die ganze Rüstung 10 ist. Also das müsste eigentlich machbar sein. Das müsste eigentlich echt mal... Oh, da hat irgendwas geklappt. 18, 18. Die Ringe sind 18. Muss ich nur noch die Dinger auf 10 kippen. Dann bin ich doch schon ein bisschen glücklicher. Oh, oh, oh. 19. Der Ring ist 19. Oh, das hat aber nochmal gut was gegeben. Es gibt 90 STR. Das kann sich aber sehen lassen. Das kann sich aber sehen lassen. Das ist ja mal der Hammer. Okay, das ist geil. Da müssen wir jetzt nur noch gucken, dass der zweite auch noch 19 wird. Und da ist der Hund begraben, glaube ich. Oder dass der mal 20 wird. Das wäre natürlich auch noch richtig geil. Könnten wir auch einmal abschließen hier. Ja, ist ja gut hier. Zack. Zack. Aber die Wahrscheinlichkeiten sind echt, glaube ich, so gering. Das ist ja richtig nervig. Aber ich frage mich gerade bei den Schuhen. Ich meine, da ist doch die Wahrscheinlichkeit eigentlich in Ordnung, würde ich meinen. Deswegen wundert mich das gerade ein bisschen, warum das jetzt da so lange dauert. Oh, der ist 20. Okay, jetzt können wir gleich mal gucken, ob das über 20 geht. Das geht sogar über 20. Ah, ne. Upgrade zu 20. Oh, Leute. Wir haben den ersten Ring fertig. Halleluja. Der eine Ring, ey. Der eine Ring hier, alle zu knechten und so, ist Bescheid. Sehr geil. Das ist doch echt geil. Stell dir vor, der würde jetzt so verloren gehen oder so. Oh Gott, dann kriegt man auch die Krise. Wobei, eigentlich ist der hier nichts wert. Sag ich jetzt mal nichts, ne. Aber, ähm. Wenn man dann auf dem Offi irgendwie so vergisst, mal das Ding reinzuhauen oder so. Dieses Scroll. Okay, das wird immer angezeigt, weil es kaputt gehen kann. Das ist auch noch. Das finde ich mal eine sinnvolle Meldung. Weil das wäre mega ärgerlich. Weil jedes Mal, wenn es hier fällt, würde das Ding kaputt gehen. Und das ist dann doch ein bisschen was, ne. Das dauert dann eben doch ein bisschen, bis man das wieder hat. So, komm her. Du Ring, Alter. Du wolltest noch nie über 18 drüber. Aber dich kriegen wir da auch noch hin. Was gibt denn der jetzt inzwischen? 500? Okay, die 190. Die will ich mir aber echt nicht hingehen lassen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, ist ja gut hier. Und ihr sollt auch nochmal aufs Level... Oh, da ist er 19. Da ist er 19. Die sollt auch nochmal auf Level 10 hier kommen. Das fände ich auch nochmal ganz cool. Aber ich befürchte beinahe, das wird nicht mehr in diesem Part klappen. So, ist ja gut hier. So, wir versuchen es jetzt noch dreimal. Wie beim letzten Mal auch. Eins. Nö. Und... Zwei. Nö. Jetzt, komm. Wenn jetzt beides klappt, ey. Da mach ich aber... Da mach ich happy. Nein. Und... Komm schon. Verdammt. Na gut, Leute. Aber immerhin haben wir den einen Ring fertig. Und das ist doch schon mal echt ziemlich cool, würde ich meinen. Das HP, das brauchen wir gar nicht. Insofern müssen wir die vielleicht gar nicht so hoch kriegen. Aber der Ring ist doch schon mal richtig geil, dass es geklappt hat. Den anderen haben wir schon auf 19. Da brauchen wir noch eins. Und da brauchen wir noch drei Level. Ich würde mal sagen, das ist alles gut machbar. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, hat euch soweit gefallen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.